leute was geht damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft story mode ja der letzte folge haben wir aus haus betreten waren das wohl natürlich war das letzte folge mit laber ich dafür scheiße haben das labyrinth gut überstanden und wir haben einen geheimgang gefunden und den wollen wir jetzt mal erkunden ich weiß nicht genau ich spekuliere vielleicht letzte folge story mode erstmal aber mal sehen vielleicht schaffen wir in dieser episode schon die episode was war das denn wir schauen wir in dieser episode schon die episode ich meine wir schauen wir in dieser folge jetzt die episode we're fine but the lever isn't working anymore rip hebel stay there we'll head down and see what we can find ja gut ja gut ja gut können sie mal versuchen ok wollen wir mal gucken wir gucken die erstmal alle an hier die gasträne ok wir nehmen die mal die erste mission ok da ist eine druckplatte drunter so was haben wir denn hier noch hier ist noch was pack eis jetzt gucken wir uns das mal ein nehmen wir mal ich nehme die jetzt einfach mal nur noch achso alles klar äh nehmen wir mal die seelaterne noch mit die haben sie ja dann gecraftet ok oder noch das drachenei ja das letzte gemeinsame abenteuer oh das hat echt was gebracht hm gucken wir mal verwenden seine tasse ja jetzt sehr groß ja so als erstes waren sie ja dann würde ich sagen pass mal auf äh ne drachenei war zuletzt davor die das eis weil danach wussten sie dass die drachen bereit sind dann ist ja bloß noch hier das prismarien und da haben sie aus der prismarien scherbe haben sie an die seelaterne gemacht genau genau das letzte eben wenn wir die seelaterne haben dann wäre er Platz 3 oh wechseln zu dieser und da ist ja geheimgang offen nice ja 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 das sieht man so ja 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 Wir müssen weiter gucken hier Ah ja, den hätte man ein bisschen besser bauen können Zwei Türen sogar, oha Mal gucken, Sorin, reden wir mit ihm mal Beide seinen Angst, Eivor hat nie zuhörst, uns zu fangen Ich habe diesen... Nein, Jesse, es ist nur ein Modell Kannst du mir erzählen, ob es mir helfen könnte, die Puzzle zu lösen? Ah, wenn nur du... Es war ein Kampf für die Ängste Wir haben Wochen vorbereitet für unsere größte Behandlung ever Es war mal eine kleine Endinsel Aber auch so, der Ender-Dragon ist stärker, als ich auch gedacht hätte Ich habe herausgefunden, dass es die Kraft aus den Ender-Krystals auszutauschen Und dass die Krystale haben müssen, um zu zerstörten Ich habe den ersten mit einem perfekt gesetzten Aero Das ist er weg Ja, gut Na, dann hat Elegard Ja, gut So, kann man das natürlich auch machen Ja, ja, alles klar Hm, alles klar Okay, okay Ja, gut Ich habe das dritte jetzt absichtlich nicht genommen Es ist ja vorhin ja halt Angst vor Fliegen gehabt Aber wir gucken mal Ich werde nicht spoilern Ja, ja Angeblich schon Na, gucken So, was war denn als erstes? Als erstes, ähm War der Bogen? Gucken wir mal Gucken wir mal Hm, interessant Danach War auch die Luftsprengung Dann war das Drachen Gereite Dann müssten wir da eigentlich mal rauf Da oben war ja so ein Hebel Aber das ist ein Extra, hier war ja eine Doppeltür Danach war ja Elegard Also wir lassen das jetzt mal aus Und Zuletzt Gabriel Das ist die erste Tür Mhm Das ist halt der Hebel da oben Das habe ich jetzt mal Ich wollte das mal ausprobieren Ich habe das jetzt absichtlich Nicht in der richtigen Reihenfolge gemacht So Dann gucken wir uns jetzt mal Ruben an noch Der wäre ja auch noch Ruben, do you know what to do here? Ah, well, it's worth the shot Ja Der wird aber mit dir nicht reden Ändern Sache Wir wollen ihn verwenden Hey Ruben, give me a boost, will you? Okay Oh, ich komme dann mal auf die Caps-Taste hier Ist schlimm In der Bildschirmaufnahme seht er das Wann man So ist das Jam Okay Da ist der Hebel Und die zweite Tür Oh, ha Die Enderkristalle Die Enderkristalle Die wurden doch eigentlich zerstört Das war's Was ist denn da los? Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Es war nicht genau so, wie ich gesagt habe. Wie nicht genau. Wir haben es ausgetauscht, aber wir haben es nicht zu töten. Wir haben es nicht zu töten. Wir haben es nicht sogar versucht. Was ist denn passiert? Du willst die Wahrheit? Wir haben diesen verdammten Kommandblock benutzt! Du hast den Kommandblock benutzt, um die Ender-Dragons zu töten? Ich glaube so. Entschuldigung? Wenn ich den Kommandblock gefunden habe, wir waren niemanden. Aber mit der Hilfe, wir wurden stärker. Wir können so viel mehr machen. Die anderen haben keine Ahnung, was ich gemacht habe. Ja gut. Ja gut. Voll die Pussys, Alter. Und danach wurden sie gefeiert. Äh, sowas auch. Und Eivor guckt schon immer so. Böse. Ja, betrogen. Oh oh, da ist Eivor. Soren. Wie können Sie? Eivor. Wie lange haben Sie hier stehen? Lange genug, dass sie die ganze Sache gehört haben. Also sind wir löser. Und Gord. Und Gord. Und Gord. Sie sind Gord. Sie sind alle gemacht. Oh. Oh. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja. 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 Jussi-Stion. Destroying the command block is all that matters anymore. How ironic that the best thing the command block gave us was the very best way to destroy. Spare us the poetry, it's not your strong suit. I've been in this book for years. Never thought I'd actually have to use it. This thing better work, because if it doesn't. I know, so I guess. Oh Kommen wir mal in die Truhe. Diaz, nice. Drei Diamanten haben wir. Ja, heute schon, ja. Könnte man machen? Ja. Hm. No, ernsthaft? Also ich kann ja alles mögliche machen. Ich glaube, ich werde mich einfach mal für das Schwert entscheiden, weil... Ein Schwert macht irgendwie am meisten Sinn. Behalten wir noch ein Dia. Zum Bauen. Hier klicken. Die haben ein Schwert. Okay. Up in Ambers. Sauberbuch. Nice. Ja. Oha. Ich nehme eine neue Rüstung. Okay, wir gucken uns das alle mal an. Okay. Gucken wir uns das mal an. Okay. Ansehen. Das ist auch gut. Ich kenne das einen Ender-Defender. Sehr stark gegen einen Endermann-Attack. Ja gut. Alles klar. Was haben wir hier noch? Das ist der Redstone-Riot. Das ist der Redstone-Riot. Okay. Okay. Nahezu unzerstörbar. Einmal der... Unendliche und dann... Nahezu unzerstörbar oder irgendwas hier. Was haben wir hier noch? Okay. Okay. Ich tendiere hier so auf diesen unendlichen... Diesen unendlichen Kack. Oder der Schwertbrecher. Ich glaube, den hatte ich schon mal genommen. Ich nehme mal heute die... Diesmal den hier. Das ist der Set. Ja, eine schöne Wahl. Jetzt, gehst du und schau es auf. So. Dann... Springen wir hier mal auf. Oh, ha. Wow, coolen Armour, Jesse. Joa. Und es gibt viel, was zu gehen. Jetzt gehen wir zurück in Sorens Orkans und sehen, wie die Widerstorms gegen die Endermann-Attack. In der finale Fight. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.